Hallo Leute, Beurteilung und Bestrafung. Ja genau darum geht es in den neuen Song und Video von der Band Jinja, das vor wenigen Tagen herausgekommen ist. Im Song stellt Sängerin Tatjana mal wieder mehr denn je unter Beweis, was sie drauf hat. Im Video geht es darum, dass ein junger Mann zu ihr kleines Hexenhäusling kommt und dort zwischen drei Dingen wählen kann. Das sind Gold, Liebe und ewiges Leben. Ja, er entscheidet sich für Letzteres und wird dafür eigentlich dann mehr oder minder bestraft. Denn er wird zu einem kleinen Männchen unbeweglich und muss nun in ihrer Vitrine auf ewig sein restliches Dasein fristen. Am Ende des Videos trinkt die vermeidliche Hexe versehentlich selbst von diesem Getränk und wird selbst zu einer kleinen unbeweglichen Figur und muss somit auch selbst in der Vitrine auf ewig ihr gestliches Leben verbringen. Ja, sie hat geurteilt und wurde dafür bestraft. Zum Song selbst muss ich sagen, er hat ruhige Passagen und dann geht es wieder voll ab und das finde ich auch das cooler. Einfach an der Band, dieses ganze Konzept immer. Was haltet ihr denn vom neuen Song, vom neuen Video? Schreibt es mir doch in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da oder eben nicht. Ja, das war es mal wieder von mir. Servus und Papa!